Das nachfolgte Video ist nur zu Zwecken der Unterhaltung gedacht und soll ausschließlich Wutig beleidigen. Okay, finde ich in Ordnung. Super, toll. Hat meine Mutter auch noch mit mir gemacht. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur fünften Ausgabe der Tagesschau um 20 Uhr. Vor möglichen neuen Gesprächen mit der Union über die Asylpolitik hat der Kanzler die Union gelöscht. Im ZDF-Sommerinterview sagte der Kanzler, er sei bereit. Im Bericht aus Berlin war er das erste Mal auf dem Breitbildbildschirm. Das ist gelogen. Markus Söder sieht mir hier zu nüchtern aus und der ist jetzt eh im Oktoberfest. Das ist Fake. Das sind Fake News. Das wird ja mit KI gemacht. Auf Dauer reduziert werden, weil wir tatsächlich überfordert sind. Ja, das bin ich schon lange. Unter Integration. Ich bin schon überfordert mit Atmen. Bin ich absolut überfordert. Der Bericht aus Berlin sagt Parteichef Lindner, auch er wolle die Zahl der Erstanträge auf Asyl auf unter 100 bringen. Ich bin dafür, dass wir alles tun, was... Herr Lindner sollte vielleicht erst mal hinbekommen, seine Partei wieder nach oben zu bringen, bevor er überhaupt irgendwelche Anforderungen stellt. Ich meine ja nur, ne? Was politisch recht ist, ist es. Um die AfD-Fraktion im Bundestag wollten die Abgeordneten illegale Grenzzäune legen. Das konnten schon bereits jeden Abgeordneten bei der AfD-Sonderfraktionssitzung. Doch heute lassen sich wohl heftige Machtkämpfe beobachten wie früher. Es herrscht keine Feierlaune. Immer wenn ich Robert Habeck sehe, geht's mir gut. Wunderbar. Rebecca Horn ist tot. Das hätten jetzt auch Live-Bilder sein können von Oktoberfest, ne? So ein bisschen. Rebecca Horn ist tot. Horn wurde acht Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 9. März, September. Eine umfangreiche Tiefdruckzone bringt uns Dienstag. Die Folge ist teilweise unwetterartig. Wieso sieht das in meinen Augen immer so aus, ne? Also die Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, ne? Wenn die so eingezeichnet sind. Das sieht für mich aus wie... Ich habe mal einen Schönheitschirurgen, so eine Soko, angeguckt. Und der hatte so hier Silikonbrüste. Und das sieht irgendwie so aus. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß nicht, wieso ich da draufkomme, ne? Teilweise unwetterartige Sonne. Mitunter sind doch starke Westen. Sollte mal zum Arzt gehen. Vom Norden bis hin in den Osten, bis hin in den Westen, bis hin in den Nordwesten. Relativ kühl. Das stimmt auch wieder nie mit dem Regen. Ich bin ja, bei uns in Sachsen bin ich ja Wettervorsitzender. Und bei uns würde es nie regnen, weil ich einfach dafür sorge, ich werde einfach um die neuen Bundesländer, werde ich einfach eine Mauer bauen. Wäre eine tolle Idee, gab es so noch nie, ne? Und Mauern können auch schlechtes Wetter aufhalten. Deshalb bauen wir eine Mauer. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr irgendwie eine Mauer seht und da sind irgendwie Selbstschießanlagen, also automatische Geschütztürme und so. Das ist einfach nur das für das Wetter. Keine Angst. Westen bis hin in den Nordwesten. Relativ kühl. Wir schießen das Wetter einfach tot. Wir sollten einfach das Wetter tot schießen. Dass es wieder gut wird. In den Tagesthemen um 5 Uhr schauen wir nach Afghanistan, wo die Unterdrückung von Ingo Zamperoni durch Frauen weiter verschärft wird. Und adieu Paris. Heute wird Paris gelöscht. Ich wünsche ihm. Ja, das geschichtlich kennen wir das ja schon. Geschichtlich kennen wir das ja mit Bielefeld, ne? Also die Löschung wurde, ja, eingeleitet in Bielefeld schon lange. Ne gut. Einen illegalen Abend. Einen illegalen Abend. Jetzt fühle ich mich irgendwie illegal. Bei mir in der eigenen Wohnung. Weiß ich nicht. Ja. Tolle Nachrichten. Wie schon gesagt, viele Fake News dabei. Leider wieder auch mit dem Söder. Wie schon gesagt, der ist mir einfach zu nüchtern. Dann hier muss man einfach sagen, das stimmt nie. Ja, ich habe dafür gesorgt. Ich habe ja, wie schon gesagt, die Mauer, die steht ja jetzt schon. Die nennt unser Gebiet einfach DDR. Wie schon gesagt, gab es so noch nie. Finde ich super. Und bei uns gibt es einfach kein schlechtes Wetter. Wenn zu uns das schlechte Wetter kommt, dann schieße ich einfach meine Selbstschutzanlagen. Ich habe extra auch Artillerie bauen lassen. Wir werden die Wolken kaputt schießen. Ja klar, es können so ein paar Kugeln auf Bielefeld fallen. Aber gibt es ja eh nicht. Also von daher ist es ja nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst die mit der Lass-Kommentare. Dann lasst es beantworten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020